B-Zep Curls mit Langhandel. Häufigster Fehler, mit viel zu viel Schwung gearbeitet, mit Rückenschwung gearbeitet, über die maximale Kontraktion des Zielmuskels raus, viel zu kurze Bewegungen, somit außerhalb des nötigen Range of Motions. Die korrekte B-Zep Curls aus wie mit Langhandel, langsam nach unten, Stopp, nach oben, Fokus aufbauen, Zielmuskel und immer daran denken, dass die Time Under Tension, die Belastungszeit eingehalten wird.